Horst Eisel ist ein deutscher Schauspieler, Theaterregisseur, Intendant, Hörspiel- und Synchronsprecher. Leben Eisel erhielt privaten Schauspielunterricht und gab sein Debüt an Berlins Schiller Theater. Weitere Theaterstationen waren zunächst Bochum und Graz. In den frühen 1950er Jahren arbeitete er in Bremen, wo er unter anderem die Titelrolle Gerhard Hauptmanns Herbert Engelmann verkörperte. Die nächste Bühnenstation waren die städtischen Bühnen Augsburg. 1967 erhielt Eisel den Auftrag die renommierten Altdorfer Wallenstein-Festspiele zu inszenieren. Dafür nahm Eisel selbst die zweite Überarbeitung des mit Unterbrechungen seit 1894 in Altdorf aufgeführten Schauspiels vor, wobei er den Stil und Teile des Nachspiels modernisierte. Als einziger Nicht-Laie der Festspiele inszenierte er diese 18 Jahre lang in 45 Festspiel-Aufführungen, obwohl der künstlerische Schwerpunkt Eisels auf. Der Bühne lag. Übernahm er gelegentlich auch Rollen in Film- und Fernsehproduktionen. So verkörperte er in Rolf Heidrichs Fernsehspiel das Attentat Heidrich in Prag Karl Hermann Frank neben Martin Benrath in der Titelrolle. Des Weiteren spielte er unter der Regie von Walter Riller in Das Vermächtnis, Unter der Regie von Bernhard Witzki in der Anders-Adaption Sansibar oder Der letzte Grund sowie in Episoden der Fernsehserien Graf Joster gibt sich die Ehre und die merkwürdige Lebensgeschichte des Friedrich Freiherrn von der Trenk. Daneben arbeitete er als Sprecher für den Rundfunk, Hörspiele und zahlreiche Inszenierungen der Augsburger Puppenkiste. Hier sprach er unter anderem den Räuber Schnappelcheck in Kater Mikesch, Onkel Dragul in Schlechte Zeiten für Gespenster, Sarastro in Eine kleine Zauberflöte, Opa Siegfried Eich in Drei Dschungeldetektive und Kuno in Das Burggespenst Lülü. Darüber hinaus lieh er als Synchronsprecher seine Stimme beispielsweise, denn Holm Elliot in Sie waren 13, der Endsmorgen in Svengali und Lawrence Harvey in Vier bleiben auf der Strecke. Eisel war verheiratet und hat eine Tochter. Filmografie 1967 Das Attentat Heidrich in Prag 1969 Das Vermächtnis 1970 Graf Joster gibt sich die Ehre Computerballade 1973 Die merkwürdige Lebensgeschichte des Friedrich Freiherrn von der Trenk, Auf der Flucht 1987 Sansibar oder der Letzte Grund Hörspiele 1952 Die Brücke von St. Louis Rai Regie Gerd Westphal 1953 Das Schiffe der Verdammten Regie Oswald Dörpke 1953 Unternehmen Katharina Regie Günther Siebert 1953 Petrus Weiß es nicht besser Regie Günther Siebert 1953 Das Kenn- und Abelspiel Regie Eberhard Freudenberg Eberhard Freudenberg Von Morgens bis Mitternachts Regie Karl- und Abelspielberg Karl- und Abelspielberg Karl- und Abelspielberg 1953 Heidenstraße Regie 1955 Empfohlenes Haus Empfohlenes Haus Regie Günther Siebert 1955 1955 Plan Quadrat 126 Autor und Regie Hans Weller 1955 Osterhasen- und Abelspielberg Osterhasen Pfeffer Regie Hans Weller 1955 1956 Am grünen Strand der Spree Regie Gerd Westphal 1957 Die Nacht vor der Hochzeit Autor und Regie Kurt Reis 1958 Stimmen im Eis Regie Günther Bommert 1961 Die Hochzeit in die Pickbalge Regie IV Obrak 1963 50 Pfund für einen falschen Armenier Regie Günther Siebert 1980 Schreck Mimpheli Der Erpresser DRS 1995 Hotelgeschichten Regie Christian Stelzer 1995 Paracelsus und die Mudit Chandruka V. O. Nermbech Regie Christian Stelzer 1996 Blupi zu Hause Regie Christian Stelzer 1996 Blupi im Schloss Regie Christian Stelzer